Hallo, ich bin der DJ Eismann, seit 1990 DJ und seit 2010 bei MrBeat. Ich bin sehr gerne Event-DJ, aus dem einfachen Grund, um den Leuten richtig viel Spaß zu bereiten und ich bin sehr gerne unterwegs. Wir kriegen von MrBeat die Kundendaten, arbeiten diese schon mal im Vorfeld ein bisschen aus, das Vernachtungssystem im Wohnen sprengt oder ein persönliches Treffen mit Ihnen und den weiteren Applaus und Abend zwischen mir. Ich bringe auch Ihre Gäste auf die Tanzregel, sei es mit Moderation oder mit den richtigen Partybietern. Ich rocke auch Ihre Party. Ich arbeite sehr gerne mit MrBeat zusammen, weil es wirklich ein freundschaftliches Verhältnis ist und das merkt auch der Kunde, dass wir richtig viel Spaß zusammen haben.